It's your boy, Skinny-Dödel. Wir schauen uns heute mal die CS20-Kiste an und sprechen die Meinung darüber aus. Das war ja schon im Livestream am Start, aber da sind ja nur die wenigsten von YouTube, daher gibt es hier nochmal ein eigenes Ding. Wir gucken uns alle Skins und alle Sticker an. Ich mach schon meine ersten Sticker auf, aber sag noch geschwind meiner Meinung generell zu dieser Kiste. Mir gefällt sie sehr gut, weil ich halt ein alter Bock bin und es eine schöne Sache ist, an die alten Dinge erinnert zu werden, ja, Nostalgie und so weiter und so fort, man kennt es. Von daher finde ich das jetzt wirklich mal eine richtig schicke und vor allem auch einsieartige Kiste, in die Richtung hin. Also, fangen wir an mit den Stickern. Der Sticker Dragon Lore in Foil, sehr schön. Kann man sich auf seine Dragon Lore drauf machen, damit es nicht so hässlich ist. All Hail the King, auch sehr nice. Klar, 20 Jahre, das muss man schon feiern und wie ich eben schon erwähnt habe, so als älterer Mensch, der eben auch sehr lange dabei ist und diese Sachen halt auch früher gezockt hat und miterlebt hat und da auch Erinnerungen dran hat, da ist man dann schon mehr getroffen oder das tangiert einen dann tatsächlich so ein bisschen, weil man auch an alte Zeiten denkt. Der Dorsdack-Sticker ist natürlich auch sehr nice. Schön gemacht. Solche Sachen gefallen mir generell sehr gut, ja. Wenn mal schönes drauf gemalt ist, mit einem leckeren Spruch. Oh, guck mal da, der Rush for Twini. Vor allem ist es jetzt gerade so, wie er es hält. Das ist halt dann meine Farbe, wenn alles grün ist. Einige aus dem Stream haben mir schon gesagt, wie sie die Kiste finden, was sie davon halten, was sie von den Stickern und den Skins halten. Natürlich könnt ihr jetzt auch hier, also die ganzen Leute, die ausschließlich auf YouTube unterwegs sind und nicht auf Twitch am Start sind, gerne schreiben, wie sie die Kiste so an sich finden, diese Idee dahinter und auch gerne die einzelnen Sachen, wie auch immer, was euer Lieblings-Sticker ist, die Lieblingswaffe und so weiter. Dann haben wir hier den Sticker Boost Holo noch am Wursteln. Da ist natürlich die Boostung hart. Wobei der jetzt für mich gerade eher nicht so absolut ansprechend ist. Da ist der hier schon deutlich krasser. Fire in the hole mit der alten Granate. Das war noch Zeit. Das Ding topst ab, obwohl es so aussieht, wie es aussieht. Da werden wirklich Erinnerungen wach. Da kommt es hoch, die 1,6 Zeit. Ich könnte mir vorstellen, dass ganz junge Leute halt sagen, tankiert mich jetzt halt einfach nicht, weil ich die Zeit nicht kenne und so von der Ausführung finde ich es nicht schön. Oder aber, dass sie sagen, hey, gerade weil ich damals noch nicht gespielt habe, noch nicht, vielleicht noch nicht auf der Welt war, wie auch immer, fand ich, finde ich diese Kiste jetzt sehr geil, um mich da auch so minimal reinwurscheln zu können. Guck mal da, das Meerschwein. Auch nice. Der große Kopf. Vorzüglich. Das ist der typische Idris Gesichtsausdruck, wenn er Nein sagen möchte. Nein. Oh Leute, jetzt fickt mir aber gleich der Hut weg. Übrigens habe ich die Sticker noch gar nicht gesehen. Die Waffen zum Teil, oder fast alle, aber die Sticker. Noch keine einzige Sekunde angeschaut. Das ist ja richtig geil. Hopp. Leute. Ah, das ist doch, das bin doch ich. Das looks like a job for Clutchmate. Oh, guck mal, tote Sanse. Sticker. Fliegt. Das würde ich gerne auf die Bombe drauf machen. Oh. Bis jetzt der beste Sticker, oder? Fast der beste. Don Todd, der alte Nuke-Profi. Das ist was für Don Todd, auf jeden Fall. I'm too old for the shit. Ja, ja, so fühlen sich sicherlich die ein oder anderen ab und an. Im voranschreitenden Alter, wenn man so sieht, was die Juke treibt im Spiel. Oh, guck mal da. Oh, die G-Force. Ich hab früher so viele Stunden auf Surf-Servern verbracht, auf denen ich manchmal alleine war, um einfach nur die ganzen Geheimgänge und sowas zu suchen und zu finden, auf denen wir dann generell auch oft mit Kumpels viel gespielt haben, aber eben auch Community-Server an sich, die halt irgendeiner Community gehört haben. Du kamst mit drauf, hast dich so ein bisschen etabliert und hast dann halt einfach mitgezockt. Und da war es schon cool, wenn du so gewisse Sprünge konntest oder halt eben gewisse Stellen kanntest, wo du hinsurfen kannst. Und dann fliegen, rumwackeln, und dann fällst du irgendwo hin und hast eine richtig geile Stelle zum Snipen oder sowas. Uff, Aztec. Na, da wird es immer mal wieder Zeit für ein Matchmaking, oder? Auf Aztec? Aztec war die Map, bei der ich das erste Mal gerafft habe, dass CSGO einfach Maps verändert. Also, updated halt, aktualisiert, wie auch immer. Da war auf einmal ein Weg, wo früher keiner war und ich dachte... Hä? Pixel Avenger, nice. Das Gesicht. Das Update habe ich selbst mitbekommen. Das wurde damals bei Source angekündigt, als der Arctic dazu kam. Und wir haben uns gefreut, wie Schnee kündigt, dass ein neues Model kommt zu Source. Ach gut, ach gut. Hämme auf! Separate Pixels! Mit der Pump in der Hand. Ein Kollege von mir hat früher immer mit der Pump gespielt, aber als Arctic. Halt, nicht als Hans Wurst. Sehr salute, Gottenrush B. Edel. Der sieht wirklich edel aus. Soll es auch so ein bisschen Breaking Bad-mäßig... Das erinnert mich irgendwie auch an Breaking Bad, soll das so sein? Wegen der Aufmachung, so wie es halt ist. Oder ist das jetzt Zufall? Temperas! Uhuhu! Too late is nice. Schön gezeichnet. Und zu guter Letzt der Mondays-Sticker of Office. Man kennt's, oder? Man will gerade schaffe und dann rennt Cities und Tees durch dein Bürogebäude und ballern dir die Tasse. Zu kotze. Jetzt kommen die Waffen dran! Da haben wir die AWP Wildfire direkt als erstes leckeres Gerätchen. Also da würde ich sagen, die könnte sowas, sowas verdient, den Dragon Lore-Status, oder? Nehmt mal im Vergleich eine Dragon Lore. Guckt euch die mal an, wie... Ich meine, wir haben da schon ein paar Mal drüber gesprochen, ne? Wie kacke das hier oben aussieht und das, äh, na was da da, was sie sich da gedacht haben. Und jetzt nimmt man die andere. Das ist doch optisch einfach viel ansprechender, oder? Da würde ich viel mehr verstehen, wenn sowas tausende von Euro wäre, als wir bei dem anderen Ding. Vom Stil her ein bisschen wie eine Ateris. Einfach in Rot. Hier haben einige gesagt, dass sie die richtig cool finden, aber ein paar wenige haben sich mir auch angeschlossen und gesagt, eine goldene Farmas? Ich weiß ja nicht. Ich bin halt kein Gold-Fan, ne? Deswegen ist es auch, ähm, an sich, von der Farbwahl her, nicht so cool für mich. Aber, äh, hier nochmal die ganzen Maps und sowas. Das ist halt wirklich geil, ne? Es wirkt auch so ein bisschen wie so ein Fanshirt, wo drauf steht, wo die Band war und sowas. Das ist echt cool. Dann haben wir hier die Death by Puppy. Finde ich etwas ausdrucksschwach, irgendwie, weil das so ineinander verläuft. Da ist so eine, ähm, eine Paw zum Beispiel. Da sind die Einzelnen besser zu erkennen, ne? Bei dieser AWP-Paw. Äh, trotzdem ist halt der Pop-Doc da, der Hund von Paw... Das ist schön. Komm. Aber hat nicht der beste Skin da. Die Hydra wiederum ist richtig geil. Hydra war auch die Operation, wo dann Wingman dazu kam, kann das sein? Ich glaube, mit Hydra kam Wingman dazu. Und, äh, das war für mich und, äh, Sperling auch so ein Punkt, wo wir gesagt haben, Alter, geil. Endlich. Wir haben uns immer gewünscht, dass es Two-Vers-Two-Spiele gibt und Hydra hat es ermöglicht. Das ist jetzt zwar keine weit entfernte Erinnerung, aber trotzdem auch eine schöne Erinnerung an diese Sache. Da sind jetzt doch schon ein paar Sachen gefallen, wo sich die Erinnerungen verknüpft haben. So wie natürlich auch bei der P90. Viele im Stream haben gemeint, was? Und wenn ihr sie schickt... Ah ja. Hauptmenü? Counter-Schrick, Edelknedl sprach der Dödel. Wahrscheinlich trifft genau da diese Überlegung, dass halt manche jungen Leute damit nicht so viel anfangen können, weil sie auch nichts damit verbinden. Also für die ist es halt nur einfach ein Skin, der halt nicht so bunt ist und auf dem jemand drauf ist. Naja, was soll man machen? Übrigens merke ich gerade, dass meine Maus nicht richtig aufgenommen wird. Ich bin jetzt gerade genau an der Figur. Ich fahre gerade um ihren Kopf drumherum. Bei dem Mensch. Auf OBS umkreise ich nämlich gerade das hier. Jetzt umkreise ich das, was gerade bei euch umkreist wurde, oben die Zielvorrichtung. Sehr merkwürdig. Naja, brauche ich ja eh nicht. Die Agenten MP5 ist auch sehr nice geworden. Da haben wir schon gesagt, das ist Gretel seine, ganz klar. Hier nochmal etwas aufwendigerer Skin. Und zwar die Plastik... Plastik-Sprengstoff-UMP45. Hat auch was. Vor allem hat viele Details. Dann kommt die Inferno P250. Die Blätterranken sind richtig schön ausgearbeitet. Hört euch die mal an. Geil. Als nächstes kommt die Buddy 5-7. Mit der konnte ich eigentlich am wenigsten anfangen. Ich meine, das Gesicht. Das Gesicht hier, ich muss die Maus jetzt gescheit hier über OBS verfolgen, ist schon geil. Das ist schon cool. Aber sonst finde ich die jetzt eher weniger besonders. Die M249 wiederum ist sehr geil geworden. Vor allem wirkt sie auch sehr plastisch, oder wie sagt man? Also die Höhen und Tiefen, die Map darin, die Ding-Map, kommt extrem gut rüber. Es sieht wirklich so aus, als wenn sie Höhen und Tiefen hätte. In sich. Also in diesem Design. Hier haben wir auch noch die Sacrifice. Da würde ich ein bisschen neidisch, dass Sai Küsse die gezogen hat. Die ist wirklich, also, absolut sick. Ich weiß gar nicht, warum die als Blue gewertet wird. Die würde ich mindestens, mindestens auf Lila machen, wenn nicht sogar auf Rosa oder was es ist. Pink. Dann haben wir hier noch eine Farmer. Und zwar die Dekommissioned. Ist aus Map-Teilen zusammengebastelt, oder? Da habe ich den Zusammenhang noch nicht ganz gefunden. Aber ich meine, oder ich erkenne da auf jeden Fall Map-Teilchen, die da drauf sind. Ja, könnte von mehreren Maps sein. Ist jetzt nicht wirklich ein Highlight, aber trotzdem was, was ganz gut aussieht. Hier sind die 1,6er Elite. Das ist natürlich richtig geil, ne? Dass du die Teile am Start hast. Das sind auch die, die ich gezogen habe. Wobei ich schon lieber die Glocke gezogen hätte, das ist klar. Trotzdem sehr schön. Dann haben wir hier noch eine Classic Crate Mac-10. Ja, wie gesagt, Nostalgie, ne? Mehr aber jetzt auch nicht. Und die Flash-Out Tech-9. Die ist... Ja gut, die hat halt hier diese Flash drauf. Aber sonst ist die für mich irgendwie die am wenigsten, äh, sexieste Waffe. Aus der ganzen Case. Finde ich die irgendwie, naja. Damit verbilde ich gar nichts. Und es gibt in der Case nochmal eine Pop-Dog-Waffe. Und dafür, finde ich, ist besser umgesetzt. Hier sieht es cooler drauf aus. So könnte gern die andere aussehen. Die AUG war es, glaube ich, ne? Und zu guter Letzt, die Scar-20 Assault. Besser als die Tech-9 auf jeden Fall. Aber... Mehr auch nicht. Ja, somit wäre die Case durch. Ihr wisst ja, dass wir am Freitag bzw. Samstag dann auch welche gedroppt bekommen haben. Wir haben sie geöffnet. Hier sind die Elites bereits am Start. Damit geht's rund. Mal gucken, was in Zukunft noch so mit dieser neuen Case geht. Ich finde es auf jeden Fall sehr geil. Die ganze Case gefällt mir sehr gut. Sowas kann man gerne... Na gut, öfter machen ist ja irgendwie Quatsch. Man kann ja nicht jeden Monat nostalgisch werden. Oder halt jedes Jahr. Aber in 10 Jahren, würde ich sagen, sehen wir uns wieder, ne? Wie ich vorhin schon erwähnt habe, könnt ihr gerne selbst in die Kommentare schreiben. reinhusteln, was ihr von dieser Case im Gesamten haltet. Und was euch am besten gefällt bei den Skins oder Stickern, wie auch immer. Ich werde die Sache jetzt geschwind verarbeiten und hochpumpen. Und dann jetzt gleich noch ein Matchmaking aufnehmen. Denn da haben wir im Livestream am Freitag wieder verloren im Highgame. Leider, leider. Das heißt, ich habe wieder ein Luz im Nacken. Und muss gucken, dass ich das im Solo wieder raushole. Wenn nicht, ist glaube ich der Lem wieder da. Weil ich bin schon die ganze Zeit kurz vorm Downrank. Und gewinne im Solo immer einmal. Dann machen wir einen Livestream. Und im Livestream verlieren wir dann im Highgame. Und ja. Und dann muss ich halt wieder im Solo reinwascheln. Ich glaube, so ein paar Globals von uns sind etwas faul geworden. Seitdem sie den Global haben. Kann das sein? Ist aber auch nicht tragisch. Auch wenn der Downrank reinkommt. Scheiß doch. Der Hund drauf. Bald kommt Kott. Gut, meine Damen und Herren. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Also morgen. Vielen Dank fürs Zusehen. Vielen Dank für die Likes. Vielen Dank für die Kommentare. Morgen ist auch wieder Livestream. Um 18 Uhr. Am Dienstag. Jeden Dienstag und jeden Donnerstag. Ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 22 Uhr. Bye, bye.